Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Montag. Das wird wohl eine richtige Knallerwetterlage werden am Mittwoch und am Donnerstag, aber letztendlich auch eine sehr gefährliche Wetterlage. Gerade eben hat der deutsche Wetterdienst vorab Warnungen ausgegeben vor möglichen Unwettern durch Glatteis, durch Schneeverwehungen, durch sehr starken Schneefall. Teilweise werden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet. Also alles in allem, es ist eine sehr brisante Wetterlage entlang dieser Luftmassengrenze, die uns da erwartet. Schwerpunkt ist der Mittwoch, aber auch besonders die Nacht zum Donnerstag. Donnerstagmorgen auch zum Teil nochmal extreme Verkehrsbehinderung in der Landesmitte und im Süden des Landes. Denn dann kommt die Kaltluft voll zurück und strömt auch wieder runter bis an die Alpen. Das schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Regional gibt es ein Schneechaos, regional ein Eisregenchaos mit all den Gefahren. Auch das besprechen wir hier in diesem Wettervideo. Aber erstmal der Blick bis einschließlich gestern in Sachen Januarbilanz. Wir haben eine mittlere Temperatur von 0,4 Grad Celsius. Wir liegen rund 1,5 Grad über dem alten Klimamittel drüber und 0,5 Grad unter dem neuen Klimamittel darunter. Und bisher gab es 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit ist das Monatssoll schon jetzt zu 67 Prozent erfüllt worden. Und wir hatten 25 Sonnenstunden. Damit ist das Monatssoll zu 56 Prozent erfüllt. Ja, und nun der spannende Blick auf diese Luftmassengrenze am kommenden Mittwoch. Das hier ist die Wetterlage am Mittwochmorgen um 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Und wir sehen hier im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Da fällt teilweise Schnee. Das sind die blauen Symbole. Dahinter aber kommen schon die milderen Luftmassen in der Höhe herangezogen. Und deswegen fällt da oben in dieser Höhe Regen raus auf den Erdboden, der teilweise noch gefroren ist. Und deswegen hier Eisregen, gefrierender Regen. Und ganz dahinter die grünen Symbole. Das ist nur noch Regen, denn da sind die Luftmassen deutlich milder. Ansonsten relativ entspannt noch am Mittwochmorgen. Viele Wolken, aber kaum Niederschläge in Sicht. Nur hier Richtung Schleswig-Holstein. Auch da kann es einzelne Schnee und Schneeregenschauer geben. Dann zum Mittwochmittag zieht das Ganze langsam weiter in die Landesmitte hinein. Es fällt Schnee im Norden von Rheinland-Pfalz, im Süden von Nordrhein-Westfalen, im Norden von Hessen, im Norden von Bayern. Und teilweise in Thüringen fällt kräftiger und anhaltender Schnee. Dagegen weiter südlich, in der Mitte von Rheinland-Pfalz und auch in der Mitte von Hessen. Da kann es zum Teil kräftigen Eisregen geben, gefrierenden Regen. Und der bleibt wirklich in allen Gegenständen hängen. Der setzt sich ab, teilweise auch an Oberleitungen, an Stromleitungen. Da kann es zu Schäden kommen. Stichwort Blackout-Gefahr. Ansonsten dahinter schon deutlich milder, zum Teil zweichelige Plusgrade Richtung Oberrhein. Und hier fällt dann nur noch Regen vom Himmel. Der Blick auf den Mittwochabend. Diese Luftmassengrenze liegt einmal quer über Deutschland. Wo die jetzt final genau auf den Punkt genau liegen wird, kann man aktuell noch nicht so wirklich sagen. Das kann sich nochmal um 50 bis 100 Kilometer nach Norden oder nach Süden verschieben. Aber auf jeden Fall an dieser Luftmassengrenze auf der kalten Seite kräftiger Schneefall. Bis zum Mittwochabend insgesamt 15 bis 20, teilweise 25 Zentimeter Neuschnee. Nach Süden zum Teil kräftiger Regen. Mittendrin weiterhin über Stunden hinweg die Gefahr von Eisregen und gefrierendem Regen. Der setzt sich auf allem fest, wie gesagt, was sich ihm in den Weg stellt. Und das kann eben brandgefährlich sein. Weiter geht es mit einem Blick auf die Temperaturen in 1500 Metern Höhe am Mittwochabend. Und da sieht man wirklich sehr gut, wie in der Höhe die milden Luftmassen in 1500 Metern bis zur Landesmitte vorankommen. Hier ist die Nullgradmarke. Weiter nach Süden dann positive Werte. Weiter nach Norden bleibt es bei den negativen Werten. Und entlang dieser Luftmassengrenze gibt es eben die heftigsten Wetterentwicklungen. Ja, wir schauen dann mal auf den Donnerstagmorgen und stellen dann schon fest, die kalte Luft, die schiebt sich wieder weiter nach Süden runter. Und das heißt, die Schneefallgrenze beginnt Richtung Süden schon wieder zu sinken. Und dann fällt auch Schnee weiter südlich. Und es schneit zum Teil auch dann am Donnerstagmorgen. Lang anhaltend und ergiebig. Da kommt einiges vom Himmel runter. Hier mal die Entwicklung am Donnerstagmorgen. Ein fettes Schneefallgebiet über ganz Nordrhein-Westfalen, über dem Norden und der Mitte von Rheinland-Pfalz, über Hessen teilweise, über Thüringen, Sachsen-Anhalt, dem Süden von Niedersachsen bis rüber nach Sachsen und nach Brandenburg. Auch da kann es zum Teil länger anhaltenden Schneefall geben am Donnerstagmorgen. Das wird im Berufsverkehr für erhebliche Behinderungen sorgen. Weiter nach Süden, da zum Teil noch mal gefrierender Regen oder eben nur noch Regen. Ganz im Süden zum Teil Frühtemperatur am Donnerstagmorgen um die 8 bis 10 Grad. Hier ist es mild, hier in diesem Bereich zum Teil Temperaturen nur um die 0 bis minus 2 Grad. Deswegen auch hier längere Zeit Schneefall. Und der Schnee bleibt dort auch liegen. Also wer irgendwie kann, sollte am Mittwoch und am Donnerstag am besten Homeoffice einplanen. Denn das wird eine sehr brisante Wetterlage werden. Ja, wir schauen auf den Donnerstag Mittag. Und weiterhin fällt kräftiger Schnee vom Süden von Nordrhein-Westfalen, von Rheinland-Pfalz, dann auch vom Saarland aus über Hessen, Nordbayern bis nach Thüringen, Sachsen, Brandenburg, bis nach Sachsen-Anhalt. Da kommen noch mal einige Zentimeter Neuschnee vom Himmel und insgesamt können regional von Mittwochmorgen bis Donnerstagabend um die 40 Zentimeter Neuschnee vom Himmel kommen. So zumindest die Wetterwarnung, die Wettervorwarnung vom Deutschen Wetterdienst. Wir schauen dazu auch noch mal auf den Donnerstag Nachmittag. Auch da immer noch kräftige Schneefälle Richtung Südwesten rüber bis nach Sachsen. Da schneit es munter weiter. Ansonsten lässt der Schneefall langsam nach. Und dahinter, da lockern die Wolken auch mal auf Richtung Nordseeküste. Dann noch mal einzelne kräftige Schneeschauer, zum Teil noch mal Blitz und Donner. Also kurze Wintergewitter sind hier auch möglich. Das volle Programm wird da wirklich in Sachen Winterwetter am Mittwoch und am Donnerstag geboten. Aber es ist eben vielfach ein sehr gefährliches Programm. Da können Äste abbrechen, Bäume umstürzen aufgrund der großen Schneemassen oder eben auch des vielen Eis, was sich da festsetzt an den Ästen. Da kann es eben zu erheblichen Problemen kommen. Und deswegen warnt der Deutsche Wetterdienst auch schon vor. Er hat Vorabwarnungen ausgegeben zur Unwetterwarnung, zur möglichen Unwetterwarnung für den Süden von Nordrhein-Westfalen, für ganz Hessen, für Rheinland-Pfalz, für das Saarland, für Baden-Württemberg, für Bayern. Denn hier gelten Vorwarnungen zur Unwetterwarnung durch Glatteis, Schneeverwehungen, starken Schneefall insgesamt von Mittwoch bis Donnerstagabend regional bis zu 40 Zentimeter Neuschnee in der Spitze. Also da ist wirklich einiges los an diesen beiden Tagen. Das sollte man nicht unterschätzen und deswegen die Wetterwarnung gut im Auge behalten. Wir blicken nach Köln auf die frische Ensemble-Prognose vom 6er-Lauf gerade eingetrudelt bis zum 25. Januar. Und in Köln bleiben wir meist im frostigen Bereich und das mindestens bis zum 22., 23. Januar. Und da fällt alles wahrscheinlich wohl als Schnee vom Himmel runter. Im Rheinland also teilweise 15 bis 20 oder 25 Zentimeter Schnee von Mittwoch auf Donnerstag. Was das bedeutet auf den Straßen, das muss ich hier wohl nicht weiter ausführen. Aber danach bleibt es doch hier dabei, die Milderung kommt sehr wahrscheinlich, setzt sich durch und die Temperaturen steigen auf 6, 7, 8, 9 Grad an. Dazu kräftiger Regen, das heißt der Spülgang, der scheint nicht weit zu sein und damit dürfte erstmal der Winter wieder eine Pause einlegen. Wir schauen nach Süddeutschland, nach Passau, auch hier bis zum 25. Januar. Erstmal kurz noch die milde Phase aufgrund der Luftmassengrenze, da kommen die milden Luftmassen an. Plus 4, plus 5 Grad sind da möglich. Kurzzeitig auch mal Schneeregen oder nur Regen oder gefrierender Regen. Danach wird es kühler und dann fällt schon wieder Schnee bis in tiefe Lagen. Es bleibt bei ein paar kalten Tagen, aber auch hier gilt, ab dem 23., 24. Januar wird es langsam wieder wärmer und dann fällt meist nur noch Regen. Und auch dort könnte dann Tauwetter einsetzen. Das alles könnt ihr natürlich auch für euren Ort in unserer wetter.net-Wetter-App live mitverfolgen. Einfach mal im Google Play Store downloaden und testen und gerne mal einen Kommentar zur App hier unter diesem Wetter-Video hinterlassen. Wir blicken auf das Wetter in der kommenden Nacht zum Dienstag. Da fällt teilweise noch Schnee. Es gibt Schneeschauer, vor allen Dingen im Stau der Mittelgebirge, im Nordstau. Da drücken sich die Wolken rein. Da gibt es noch ein bisschen was an Schnee. Ansonsten eine frostige Nacht. Minus 5 bis minus 1 Grad. Und das heißt, morgen früh kann es überall glatt sein auf den Straßen. Also bitte sehr vorsichtig unterwegs sein. Der Blick auf den morgigen Dienstag insgesamt entspannt. So ein kleines Zwischenhoch, das mogelt sich da rein. Da wird es ein bisschen ruhiger sein. Aber das Ungemach quasi, das steht schon hier in Form von Tief Gertrud vor unserer Haustür. Der Dienstag also, morgen sehr viele Wolken. Im Norden noch etwas Schneefall, im Süden meist trocken. Hier und da Sonnenschein. Temperaturen so 0 bis maximal 3 Grad. Mehr ist da wohl nicht drin. Ja, und dann geht es los. Am Mittwochmorgen kommen die Schneefälle hier im Südwesten herangezogen, gehen aber rasch in Regen über. Gefrierenden Regen. Und wir sehen die großen Temperaturunterschiede am Mittwoch. Die Höchsttemperatur Richtung Rhein-Main-Gebiet plus 1 Grad. Richtung Oberrhein plus 11 Grad. Und weiter nach Norden zum Teil auch leichter Dauerfrost um die 0 bis minus 1 Grad. Und entlang der Luftmassengrenze starker Schneefall, starker Eisregen. Und weiter nach Süden eben nur noch Regen. Die Nacht zum Donnerstag bringt dann ein Voranschreiten der Kaltluft von Nord nach Süd. Deswegen sinkt die Schneefallgrenze in Richtung Süden wieder weiter ab. Nur ganz im äußersten Süden bleibt es noch bei Regen bei 4 bis 8 Grad. Mittendrin kräftiger Schneefall. Viele Zentimeter Neuschnee kommen zusammen. Also am Donnerstagmorgen auch extreme Verkehrsbehinderung in diesem breiten Streifen. Einmal quer über Deutschland. Die Nachttemperaturen eher nach zum Donnerstag so um die minus 1 bis minus 3 Grad. Teilweise 0 Grad in der Landesmitte. 4 bis 8 Grad ganz im äußersten Süden. Und auch am Donnerstag hört das Ganze erst nur langsam auf. Es schneit munter weiter vom Süden von Nordrhein-Westfalen über Rhein-Pfalz, das Saarland bis nach Sachsen. Zum Teil nochmal kräftiger Schneefall. Temperaturen bei Dauerschneefall um 0 Grad. Nach Norden so 1 bis 4 Grad plus. Und hier nochmal im äußersten Süden sehr mild bei 10 bis 11 Grad am frühen Morgen. Aber im Tagesverlauf sinken auch hier die Temperaturen deutlich ab. Und dann beginnt es auch hier im Süden mit dem Schneefall. Der weitere Wettertrend. Freitagmorgen, Samstagmorgen bitterkalt. Minus 10 bis minus 15 Grad. Über Schnee stellenweise bis zu minus 20 Grad. Eine eisige Kälte. Vor allen Dingen am Samstagmorgen. Da beginnt der Tag teilweise klar. Und deswegen ist es eisig kalt. Die Tageshöchsttemperaturen am Freitag minus 5 bis plus 3 Grad. Am Samstag minus 4 bis plus 2 Grad. Und dann wahrscheinlich zum Sonntag schon kommt im Westen die Wetteränderung an. Minus 2 bis plus 8 Grad. Teilweise fällt dann Regen. Gefrierender Regen. Eine neue Eisregenwetterlage steht da wahrscheinlich an. Montag, Dienstag sehr stürmig. Sehr viel Regen und Tauwetter bis in die höheren Lagen. Das ist zumindest der aktuelle Trend. Hier mal die Niederschlagsummen bis zum Donnerstagabend. Also in dieser Woche bis Donnerstagabend. Bis zum Abend des 18. Januars. Und wir sehen besonders hier im Saarland, aber auch in Rheinland-Pfalz und teilweise in Baden-Württemberg. Da fallen 40 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Und da stellt sich natürlich die Frage, als was fällt das alles? Das fällt gerade hier in Rheinland-Pfalz und in Hessen und auch im Saarland. Mal als Schnee, mal als gefrierender Regen, mal als Schnee. Es geht wild hin und her. Und deswegen wird es hier wirklich sehr spannend werden an diesen beiden Tagen. Da kommt richtig viel runter. Nach Norden ist es zum Teil deutlich weniger. Aber auch hier Richtung Nordbayern rüber. Franken auch da zum Teil 30 bis 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Teilweise als Schnee, teilweise als Eisregen, teilweise nur als Regen. Dann wieder als Schnee. Es ist wirklich ein wildes Hin und Her. Und das sehen wir auch hier an den Temperaturen. Temperaturen am Donnerstagmittag. Hier so ein Bereich in Grün, da ist es frostig. 0 bis minus 1, minus 2 Grad. Und diese Frostgrenze verläuft einmal quer über Deutschland hinweg. Im Süden von Bayern und von Baden-Württemberg zum Teil 8, 9, 10, 11 Grad plus. Dagegen hier gerade mal, wie gesagt, 0 bis minus 2 Grad. Weiter nach Norden, so um die 0 bis plus 3 Grad Richtung Küste. Es ist also und bleibt eine sehr, sehr spannende Wetterlage. Am Mittwochmittag sieht man auch sehr schön hier die Schneefallgrenze. Die ist wirklich breit gefächert. Hier zum Teil bis in die tiefen Lagen nach Norden hin. Aber hier im Übergangsbereich über Rheinland-Pfalz haben wir eine Schneefallgrenze von 100, 200 Meter bis rauf auf 1.800 Meter ganz im Süden des Landes. Das zeigt mal diese Luftmassen, wie die hin und her konkurrieren, wie die sich hin und her schieben. Aber da kann es natürlich noch mal leichte Veränderungen geben. Und zum Donnerstagmittag, da sinkt die Schneefallgrenze dann bis in tiefe Lagen. Und das wieder bis in den Süden von Rheinland-Pfalz, in den Norden von Baden-Württemberg und von Bayern. Ansonsten überall Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg. Wenn was runterkommt, dann ist es wirklich Schnee bis in tiefe Lagen, weil eben die Schneefallgrenze bis ganz runter absinkt. Zum Schluss wie immer der Blick auf die Ensemble-Veuersage für Norddeutschland bis zum 30. Januar nach dem europäischen Wettermodell. Und es bleibt sehr wahrscheinlich dabei, erst mal noch ein paar kalte Tage im Norden mit Schneeoptionen, mit Schneeschauern. Aber dann führt wohl kaum noch ein Weg dran vorbei. Es wird milder. Temperaturen 5, 6, 7 Grad im Mittel. Dazu immer wieder Regen. Also Tauwetter ist ab nächste Woche Montag, Dienstag angesagt. Dazu richtig viel Wind. Die Westwetterlage scheint leicht aufleben zu wollen. Wir schauen nach Westdeutschland. Auch hier zunächst kalt, kurz ein bisschen milder. Am Tag der Luftmassengrenze am Mittwoch. Danach ein paar kalte Tage. Vor allem nachts zum Teil unter minus 10 Grad im Westen. Das ist schon ordentliche Frost für die Region. Und danach auch hier eine Erwärmung auf 6, 7, 8 Grad. Richtung 10 Grad mag er sogar teilweise am Montag, Dienstag nächste Woche. Dazu viel Regen und massives Tauwetter. Also auch wieder die Gefahr steigender Flusspegel ist da mit dabei. Wir schauen nach Osten. Auch hier zunächst kalt, mindestens bis zum 22. 23. Januar und danach auch hier wahrscheinlich die Erwärmung. 5, 6, 7 Grad und dazu zeitweise Regen bis in die höheren Lagen. Recht ähnlich das Ganze auch in Süddeutschland bis zum 30. Januar. Zunächst nochmal sehr mild am Mittwoch. Wenn die warme Luftmasse reinschwappt, dann kälter und Schnee. Zwei, drei Tage sehr kalt. Dauerfrost nachts bis minus 10, 11, 12 Grad. Danach auch hier wieder Wärme ab nächster Woche, Montag, Dienstag. Tauwetter bis in die höheren Lagen. Und zum Schluss noch der Blick auf die Landesmitte. Auch hier bis zum 30. Januar. Es wird wohl milder werden ab Montag, Dienstag. Aber bis es mal soweit ist, haben wir erst wirklich mal Vollwinterwetter. Da gibt es eine fette Winterwetterlage mit kräftigen Schneefällen und mit Frost. Tagsüber um 0 Grad, nachts um die minus 5 bis minus 10 Grad. Ja, wir fassen nochmal zusammen. Was erwartet uns da am Mittwoch und am Donnerstag? Also auf jeden Fall, es ist sehr spannend, was es da alles gibt. Starker Schneefall, Eisregen, Schneeverwehungen, all das wird uns betreffen. Und da gibt es natürlich auch viele Gefahren. Eis und Schneebruch bei starkem, nassem Schneefall vor allen Dingen, der auf den Bäumen, auf den Ästen sich ablegt. Da können die Äste abbrechen, Bäume umstürzen. Natürlich kann sich auch Eis dran abhängen, anhängen. Auch an Leitungen kann das passieren. Da drohen natürlich auch Blackouts hier und da. Also Stromleitungen können beschädigt werden. Wir kennen das aus Münsterland vor ein paar Jahren. Da war es auch bei einem starken Schneefallereignis so. Da gab es teilweise auch Eisregen. Der Eisregen hat die Stromleitungen schwer gemacht, hat sich dran gehängt. Und dann sind diese Strommasten zusammengebrochen, beziehungsweise Leitungen gerissen. Also auch das kann drohen. Auf den Straßen natürlich ein Verkehrschaos. Und auf den Schienen kann es Probleme geben durch umgestürzte Bäume, herabstürzende Äste. Also das volle Programm ist da wirklich am Mittwoch und am Donnerstag geboten. Das hat wenig mit Panikmodus zu tun. Es ist einfach eine brandgefährliche Wetterlage. Wir müssen mit Unwetternrechner Mittwoch und am Donnerstag zum Teil auch mit extremen Eisregelnunwettern deswegen wirklich vorsichtig sein. Wer am Mittwoch und Donnerstag nicht raus muss unbedingt, der sollte besser drinnen bleiben. Aber viele müssen natürlich raus und da wird es schon ziemlich gefährlich sein. Zumindest in den hier gezeigten Regionen. Das war es vom Wetter. Einen schönen Tag und tschüss bis bald.